Hallo alle zusammen! Das Thema des Tages ist Let's Go International. Ich möchte in Deutschland wohnen, natürlich, und ich will überall gehen. Jetzt verbessere ich noch mein Deutsch. Immer werde ich mein Deutsch verbessern, aber später möchte ich Norwegisch lernen, weil meine Stiefmutter aus Norwegen kommt. Vor fünf Jahren habe ich Latein studiert, und ein bisschen Spanisch habe ich in der Schule studiert, aber habe ich alles vergessen? Like all of it. Meine Lieblingsessen aus anderen Ländern sind Curry, Falafel, Currywurst, Ketchup, und... Um, the last one I'm going to like put right here, because I can't say it, I don't know how to say it. I've been to ask my stepmom to tell me how to pronounce it, but I forgot to call her today. So, you just Google it. It's rice pudding. It's Norwegian rice pudding. Um, I'm speaking English right now. Ups. Schade, das ist alles. Bis morgen. Tschüss. Weil meine Stiefmutter... MEIN Stiefmutter? Nein. Weil meine Stiefmutter kommt aus Norwegen. Nein! Weil meine Stiefmutter auch auf... auf...